Money Coach zu sein ist manchmal echt schwer. Ich bekomme immer wieder YouTube-Kommentare wie Mein Einkommen ist viel zu niedrig zu investieren oder ich glaube niemals daran, dass ich überhaupt mehr Geld haben kann oder ich bin einfach nur am Boden zerstört. Kannst du mir nicht ein YouTube-Video machen, was mir erklärt, wie ich wieder auf die Beine komme? Um ehrlich zu sein? In vielen, vielen Fällen habe ich auch erstmal keine Ahnung. Und ich bin auch viel weniger ein Coach als einfach jemand, der helfen möchte, dass du deinen Lebensweg findest. Ich glaube, YouTube ist ein richtig guter Ort dafür. Ist es nun meine Aufgabe, dich glücklich und frei zu machen? Ich glaube eher, dass ich meine Erfahrung aus über 10 Startups und einem eigenen Investmentfonds, den ich gerade noch betreue, dir mitgeben kann, damit du deine eigenen Ziele erreichst, damit du auf ein neues Level kommst. Und ich selbst würde mich freuen, wenn wir das gemeinsam machen können, denn jeder von uns hat noch so viel zu lernen. Und auf dem Weg brauchst du eine klare Passion und eine Leidenschaft. Die Passion bei mir ist es, so viel wie möglich Menschen dabei zu helfen, auch ihre Ziele zu erreichen. Zuerst persönliche, aber eben auch die Ziele, die zur finanziellen Freiheit führen und damit auch zur Freiheit allgemein und zu einem guten persönlichen Glücksempfinden. Fakt ist, dass ich vor 12 Jahren ziemlich am Boden war und mit Schulden aus dem Studium gekommen bin, um dann etwas aufzubauen. Ich bin super dankbar, heute auf diesen Prozess zu schauen und daraus gelernt zu haben. Und egal, wo du in dem Prozess bis zu deinem Ziel stehst, habe ich alles erlebt und kann dir zumindest meine Erfahrung teilen und versuche das in diesen YouTube-Videos auch zu machen. Was ist am Ende dein Ziel? Möchtest du einfach nur Geld haben? Möchtest du Freiheit? Möchtest du ein Luxusleben genießen? Was auch immer es ist, du brauchst ein klares, konkretes Ziel, eine Passion, die dich dahin führt. Und meine eigene Passion ist es, so viel wie möglich Menschen auf diesem Weg zu helfen. Und es ist auch klar, dass Geld alleine nicht glücklich macht, aber es ist doch so ein wichtiger Bestandteil von dem Prozess, so dass ich sehr stark darauf eingehen möchte. Schreibe mir doch mal einen Kommentar unter das Video, was dein größtes Ziel ist, damit wir uns gemeinsam motivieren und pushen können, das auch zu erreichen. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann würde ich mich super freuen, wenn wir diesen Weg zusammen gehen. Wenn du auf Abonnieren klickst, dann können wir gemeinsam mit vielen anderen Abonnenten unsere Ziele besprechen und den Weg dahin ebnen. Ich kann auf deine Fragen eingehen und diese beantworten, andere Stimmen noch dazu holen und so weiter und so fort. Es würde mich super freuen, wenn wir gemeinsam auf den Weg gehen können und ich dich auch bei deinem begleiten kann. Bis bald, beim nächsten Video, dein Gero. Bis bald, beim nächsten Video.